herzlich willkommen zurück zu let's play pokémon advanced adventure heute werde ich die arena wahrscheinlich besiegen ich hoffe dass ich es schaffe aber ich glaube dass ich es schaffe was nicht bedeutet dass ich es schaffe und ich bin aus dem schalter gelaufen ja ich mache weiter bis ich hoffe mal dass das von niemandem das erste video war das er gesehen hat bin ja dann kann ich das demjenigen nicht sagen weil er schon abgeschalten hat ja konfliktor hoffentlich teleportiert mich jetzt nicht weg es teleportiert mich wirklich nicht weg so rock jetzt besiege ich natürlich mit surfer crunch nice und dann werde ich die schalter also die teleporter und dann werde ich auch noch nicht hin da will ich aber noch nicht hin also der wir oben ist der richtige Oh. Sorry. Jetzt gehen wir das hier hinführen. Das führt hier hoch und das... Hier runter. Hä? Na ja, ich werde kurz heilen gehen von der Arena... Ach man. Was ist das? Ich versuche die ganze Zeit so rüber zu laufen und es funktioniert immer nicht. Und... Da bin ich mit der Arenaleiterin. Los geht's. Äh... Warum hallo? Da ist nichts... Es gibt keinen Grund mir deinen Namen zu sagen. Ich kenne ihn bereits. Ich wurde mit psychischen Fähigkeiten... ...geboren. Ich... ...sehe eine dunkle... also eine schreckliche Zukunft für dich herausnirg. Äh... Erlaube mir dich aus dieser Misere raus zu... ...holen. Savvy... Mhm. Slowking... Ach, ich habe geheilt! Ich werde wahrscheinlich Gengar einfach opfern. Hm. Warum nicht? Und... Ich bin dann mit Reichura hier. Komm schon! Yes! Garde Worm. Der gehe ich dann wiederum auf... Arcanine. Fight... ...quatsch. So... Oh, das hat doch nicht ausgereicht. Äh, ich hätte... Wie viel es einfach abgezogen hat. Nö, da bleib ich auch drin. Hehehe. Ah, das ist wahrscheinlich sowieso ein Psycho-Pokémon. Espeion, das haben wir doch erst... ...gesehen. Iron Tail, keine Ahnung, warum? Was? Das ist unmöglich. Du magst mich besiegen, Hammer. Du wirst niemals Clean besiegen. Haha, farewell. Ja, ich hätte danach schon sowas heißt, aber... ...hab ich nicht, weil ich immer noch aufnehme. Aber es heißt, glaube ich, auf... ...Wiedersehen oder... ...viel Glück oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht heißt es auch... ...aber es ist auch egal. Bevor ich den auch total scheiß habe. So, du müsstest mich jetzt vorbei lassen. Ich werde aber noch mit der da unten reden, was die sagt. Nix. Genau der Typ. Was sagst du? Also, ich sage dann wirklich nichts. Okay. Da würde ich sagen, es geht jetzt weiter. Ach, ich habe jetzt Surfer. Ne, bevor ich das mache... ...würde ich erstmal woanders hingehen. Und zwar hierhin. Ach, ich habe schon geheilt. Hm. Da war ich ja erst vor ein paar Folgen. Ähm... Ne, falsch. Genau. Ja, das ist der falsche Weg. Na klar. Ich hätte mich schon daran erinnert, dass es eigentlich ein anderer Weg war, aber... Äh... Hallo. Da lang, da lang. Da lang, da lang. Und... Da... ... bin ich. Ah, das ist Donderbonbon. Darum geht es nicht lang, wie es aussieht. Kaskade kriege ich anscheinend auch irgendwann noch. Na ja, das war's dann eigentlich schon, was ich hier wollte. Zack. Und dann wollte ich noch gucken, was da so los ist. Das muss ja auch irgendwo hinführen. Ja. Hier runter. Äh... Ah, der Schutz fehlt natürlich. Ich hatte doch eigentlich einen Superschutz dabei. Da ist er doch. Und da lang, da lang. Da lang, da lang, da lang. Team 47. War hier nicht gerade ein Pokéball? Oder war das der? Das war der. Da machst du's schon. Hm... Zack. All zum Thema Wasser-Pokémon. Da hab ich ja jetzt was dagegen. Es habe ich schon länger, aber... Jetzt... ...kommst du zum Einsatz. Nee, lass mich in Ruhe. Neee... Warum geh ich eigentlich mit Tränen aus dem Weg? Was... ...as ob. Ah ja. Das ist ja 38. Das ist hier zur Norm, oder wie? Bitte, bitte, bitte... Nein. versuch was wert keine ahnung was ich soll aber ok ok mach ruhig mach ruhig wie du denkst ja geht schon klar ich würde gerade zur seite gehen jetzt kommst du zum einsatz das gefühl dass es nächstes zur wasserstadt geht ach ne pikachu ist ja so reichel selbstrichtige man entwickelt sich kaputt eigentlich ach was warum mache ich nicht absurde was ist eigentlich los mit mir ich werde langsam unkonzentriert das ist langsam ich muss zugeben dass es schon echt lange aufnehmen ich habe zwar zwischendurch was anderes gemacht aber ach jetzt habe ich wieder nicht getäuscht ähm ah Mist ja toll zack Thunderbolt auf War Turtle und Absorb auf Mudkip und es reicht nicht und es reicht nicht auch jetzt dabei ich dice ja ich verstehe nicht jetzt kann ich auch wechseln das ist schon mit dem so das ging jetzt will ich auf weiter da bin ich tatsächlich in der nächsten stadt was bedeutet das in der nächsten stadt sein natürlich die folge ist vorbei perfekte überleitung das war es mit letztlich pokémon advanced adventure und dann bis zur nächsten folge tschüss